Sven Regener, Meine Jahre mit Hamburg, Heiner. Logbücher. Logbuch Nummer 1, Berlin.de-Blog. 19.09.2005 bis 7.10.2005. Montag, 19.09.2005. Ob das wohl klappt? Na bitte, klappt doch. Später mehr. Das blogge ich ab. Okay, ich muss mich hier erstmal reinfinden. So gegen den 3.4. Oktober dürfte ich mich eingewöhnt haben, dann endet diese Aktion. Schlimm. Habe vorhin die ersten Kommentare auf meinen ersten Eintrag gelesen, der nur ein Testeintrag war und sonst nichts. Das ist mir alles zu viel. Nicht schlimm, nur zu viel. Kriege ich sofort Hemmungen. Das ist ja wie Piepshow mit Gespräch. Habe daher beschlossen, ab sofort keine Kommentare zu diesem Blog mehr zu lesen. Allen anderen seien sie allerdings empfohlen und sei es nur aus Unkenntnis. War auf dem Kudamm, kam am Geschäft von Willeroy und Boch vorbei und musste dabei an Udo, unseren früheren Busfahrer, denken, der immer, wenn er aufs Klo ging, sagte, er ginge jetzt auf die Willeroy- und Boch-Ausstellung. Später ein Interview mit dem Spiegel, von dem man noch nicht genau sagen kann, ob es gebracht wird, aber sehr nett. Hab wahrscheinlich zu viel geredet. Und zu viel Quatsch, mache ich immer. Erik Haut von Berlin Online schrieb mir zur Einstimmung, wichtig hierbei ist vielleicht noch der Hinweis, dass es sich beim Bloggen schickt, auf andere Blogs einzugehen. Das kommt mir komisch vor. Da muss ich erst mal drüber nachdenken. Im Großen und Ganzen ist es aber, so viel soll schon mal als Frucht erst Nachdenkens verraten, ein Zeichen der Zeit, dass das Selbstreferentielle und auch das Sicht-nach-Innen-Wenden der subkulturellen Identifikationsmodelle immer offensiver wird. Denn, so viel habe ich auch schon mitbekommen, dass die Blogger wohl eine geschlossene Gesellschaft sind oder sowas. Jeder bloggt für jeden und jeder gegen alle. Alte Kumpel und so. Thomas Knüwer zum Beispiel bloggt fürs Handelsblatt die folgenden Zeilen aus virtuelle Papier. Nach den eher enttäuschenden Weblogs des Sternen, die vielleicht ja noch besser werden, erreicht mich gerade die Nachricht, dass noch jemand, der wunderbar mit Worten jonglieren kann, bloggen wird. Sven Regner und die Mannschaft von Element of Crime. Element of Crime ist, das sei für die Nichtwissenden ergänzt, eine wunderbare deutsche Gruppe, die herzverbiegende, romantisch-schräge Musik zu Gehör bietet. Regner ist ihr Sänger und Trompeter. Und er ist Bestseller-Autor mit den Werken Herr Lehmann und Neue Fahr Süd. Tja, und dann zitiert er den Quatsch aus unserer EOC-Website von wegen ein Blog wird kommen und so weiter, um dann unten drunter noch zu schreiben, vielleicht macht Regner ja nach dem 4. Oktober noch weiter, dann hätte Klein-Bloggersdorf die Hauskapelle, die es verdient. Dazu sind drei Sachen zu sagen. Erstens, Thomas Knüfer ist ein herzensguter und feiner Mensch, von dessen Sorte es ruhig mehr geben könnte. Zweitens, das könnte ihm so passen. Drittens, beachten Sie den Begriff Klein-Bloggersdorf. Da ist der zugegeben ironisch gebrochene Zweifel am eigenen Tun doch schon subtextuell unterliegt. Starker Begriff, subtextuell unterliegt? Da könnte ich jetzt stundenlang drüber nachdenken. Zur Strafe ohne Abendbrot ins Bett. Dienstag, 20.09.2005 Single Charts Eben gerade rief Daniel Lieberberg an. Die Delm-Horse-Single von Element of Crime ist auf 52 in die Single Charts eingestiegen. Sven, Wahnsinn! Daniel Lieberberg, genau, ist doch gut! Sven, super ist das! Genau, ist doch super! Sven, ast rein! Genau! Kurzes Schweigen. Sven, naja, das gab's jedenfalls noch nie, als wir in den Single Charts waren. Genau, das ist super, da gibt's nichts zu meckern. Sven, finde ich auch. Genau! Und so weiter. Hamburg, Heiner, Häusler. In 10 Tagen kommt das neue Element of Crime Album raus. Auf dem Helmholzplatz kleben schon Plakate mit Out Now. Na, vielen Dank auch. Auch gut, mein Telefonat mit Hamburg Heiner. Hamburg Heiner rief mich an wegen des gestrigen Blog-Eintrags und beschwerte sich, dass da nicht genug Sex und Drugs und Rock'n'Roll drin wären. Sven, wieso das denn nicht? Hamburg Heiner, was fragst du mich? Du hast das doch geschrieben. Ja, aber da ist doch alles voll von Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Echt? Wo denn? Sven, naja, Sex jedenfalls. Sex kommt vor. Echt? Wo denn? Sven, naja, der Kuhdamm wenigstens. Was hat denn der Kuhdamm damit zu tun? Nun komm schon, der Kuhdamm ist doch praktisch die Reeperbahn von Berlin. Ha! Wenigstens ein bisschen. Hamburg Heiner, das ist ja wohl das Dämlichste, was ich je gehört habe. Wieso denn nicht? Weil der Kuhdamm die Mönckebergstraße von Berlin ist. Sven, das ist Quark. Die Mönckebergstraße ist eine Fußgängerzone. Die ist praktisch die Wilmosdorfer Straße von Hamburg. Hamburg Heiner, jedenfalls nicht die Reeperbahn. Nein, die Reeperbahn von Hamburg ist natürlich die Reeperbahn. Hamburg Heiner, stimmt. Womit auch das geklärt wäre. Der Tag, Telefoninterviews. Morgens beim Trompeteüben besonderen Wert auf Bindeübungen gelegt. Dann nach Bloggern gesucht, auf die man im Erik-Hautschen-Sinne eingehen kann. Frage, warum bloggen Sie? Sven, weil ich dann auf die anderen Blogger eingehen kann. Frage, stark. Okay, hier für Erik ein Eingehen auf einen anderen Blogger. Johnny Häusler schreibt, Zitat, Deutsche Blogger haben es eigentlich ganz gut. Hier ist die Bloggemeinschaft noch überschaubar. Es gibt wenig Trolle bei den Lesern. Und auch die Themenauswahl passt meistens. Zitat Ende. Finde ich gut. Macht mich froh. Zur Strafe ohne Fernsehen ins Bett. Mittwoch, 21.9.2005. Quark, Quark, Quark. So also ist das, wenn man in den Single-Charts ist. Kinderflechten, Blumenkränze, wildfremde alte Leute klopfen einem auf der Straße auf die Schulter und der HNO-Azt gibt eine Runde Nasentropfen aus. Stark. Außerdem Glückwunsch melzt aus allen Richtungen. Das hat uns alten Säcken keiner zugetraut. Thomas M. Stein hat seine Hilfe zugesagt. Falls wir mal ins Fernsehen wollen. Danke, Thomas. Wir kommen drauf zurück. Ansonsten Tristesse. Deutschland total kaputt. Jedenfalls mein Paar Lieblingsschuhe total kaputt. Genau wie Deutschland. Der Mann von der Frankfurter Rundschau bei dem Telefoninterview gestern hatte mehr oder weniger auch bloß wissen wollen, warum Deutschland so kaputt ist. Ausgerechnet von mir. Bin ich schuld? Wahrscheinlich. Heute kam das Interview gleich per E-Mail zum Autorisieren. Habe wenigstens zehnmal das Wort Quark benutzt. Hätte ich nicht auch mal Quatsch oder Blödsinn sagen können? Zehnmal die gleiche Metapher. Wie stumpf ist das denn? Habe es aber so gelassen. Man muss wissen, wann man verloren hat. Im Supermarkt riecht jemand dauernd, Sandy, Sandy, muss dann Spongebob denken. Ist das Regression? Ja, ist es. Schlimm. Hier dagegen Bongo-Gott, auch bekannt als Richard Pappik, in seiner Mail zum Thema Single Charts. Zitat, Single Charts, Single Charts, hm, 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 la, 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 Gruß, er. Zitat Ende. Ein Mann wie ein Fels. Beim Trompete üben Staccato-Etüden gedudelt oder besser getackert. Gibt nichts Besseres, um sich für ein kaputtes Deutschland fit zu machen. Mittags Essen mit Kechele. Waren uns einig, Deutschland total kaputt. Dazu gab es Backhändeln mit Kartoffelsalat. So geht's natürlich auch. Beim Gitarrenbauer die Gretsch abgeholt. Wackelkontakt, beseitigt, kosten nix. Einfach so, für Gottes Lohn. Bin beschämt, so schlecht über mein Land gedacht zu haben. Und so gehen die Tage dahin. Noch neun bis zur Veröffentlichung des neuen Albums. Und der Mann, der gestern die Plakate mit Ab jetzt im Handel geklebt hat, sagt, da sei er wohl etwas voreilig gewesen. Nix. Nur seiner Zeit voraus. Deutschland total weit vorn. Wer blockt denn noch so? Wie können wir Erik Hauts Schicklichkeitsempfinden befriedigen? Mal sehen. Kaskabell schreibt in ihrem Blog Chili und Ciabatta, Zitat, da wir am Wochenende Besuch hatten, habe ich einen Blechkuchen gebacken. Nicht den üblichen Zwetschgendatschi mit Hefeteig oder Quark-Öl-Teig, sondern einen mit Rührteig, den mir persönlich viel besser schmeckt. Zitat Ende. Schon wieder das Wort Quark. So kann man es also auch benutzen. Sollte ich mir ein Beispiel dran nehmen. Zur Strafe ohne Socken ins Bett. Donnerstag, 22.09.2005. Kollege Krake und das verschollene Oktopus-Gedicht. Was für ein Tag. Drei Stunden Meldeamt, dann Trompete üben. Vor allem Tonleitern. Ein Trompeter hat es in Rockbands ja nicht leicht, wenn er B-Trompete spielt. E-Dur wird zu Fiss-Dur, sechs Kreuze, schlimm. Man ist ja leider kein Gruft, denn der Gruft, das hat mir Christian Komorowski mal versichert, und der muss es wissen, macht sich auch mal gerne ein Lied mit vielen schwarzen Tasten, nicht aber der Rocker. Oder wenn, wie bei E-Dur, sind es die falschen. Schwamm drüber. Wir haben alle unsere Probleme, obwohl Gruft müsste man sein. Her mit dem Kajalstift, gib mir weiße Schminke, trauriger Freund. Deutschland bleiche Mutter. Aber wo sind die Arbeitsstellen für Gruft-Trompeter? Wo sind sie denn? Eben. Dann also Tonleitern üben. Man muss nehmen, was man kriegt in diesen Zeiten. Danach beim Japaner. Frittierte Tintenfischarme in Tintenfischlebersauce. Faszinierend. Das wusste hier ja niemand, dass die auch Lebern haben. Erinnerte mich ansonsten auch angenehm an die vielen Griechenlandurlaube früher. Der Tintenfisch hat es ja in Griechenland nicht leicht. Komm, Greta, in griechische Gewässer ist er schon so gut wie tot. Ich habe dazu mal ein Gedicht geschrieben auf der schönen Insel Paros im Ägäischen Meer auf eine Postkarte an Germa Grimsen, die er später sogar am Salmoxis-Boot in seiner Dreimonatsschrift der etwas anderen Art veröffentlichte. Es ging so. Zitat Oktopus-Gedicht 1 Ein Oktopus, der seine Arme gab, die jetzt erstarrt in Locken und verbrannt zu schwarzem Gummi davon künden, dass blaues Meer und blauer Himmel nur ein Scheiß und keinesfalls der Garten Eden sind, wenn Fischer Bote nicht nur malerisch in lauem Hafenwasser dümpeln, sondern dich finden in den Tiefen deiner Welt und dich zum Himmel holen, wo sie deine Arme rauben. Ein solcher Oktopus, der mag an Gott nicht glauben. Zitat Ende Naja, gar nicht mal so schlecht, aber auch nicht super gut. Irgendwo in der Mitte. Hab's gerade erst wiedergefunden unter www.salmoxisboote.de Soll keiner sagen, das Internet wäre für nichts gut. Zum Wiederfinden verschollener Oktopus-Gedichten Taugt es allemal. Ein Oktopus-Gedicht 2 hatte es auch gegeben und das hatte ich viel besser gefunden. Irgendwie genialischer, drängender, verdichteter im reiner kunstischen Sinne, aber auch Forscher in die Fresse hauender, so auf die vonracek'sche Weise quasi. Aber Herr Grimsen war anderer Meinung gewesen. Ein Oktopus-Gedicht 2 hat es nie in den Salmoxis-Boden geschafft. War dort nicht erwünscht. Musste leider draußen bleiben. Darum auch nicht im Netz verewigt. Nur gut, dass ich es auswendig kann. Noch acht Tage, bis die Platte rauskommt. Heute schickte die Plattenfirma zwei Exemplare. Zwei. In Worten zwei. Später kommen mehr, sagten sie. Zwei Exemplare. Acht Tage vor Veröffentlichung. Zwei. Ob die anderen wirklich alle für was anderes gebraucht werden? Und wenn ja, sollte man das als gutes Zeichen nehmen? Darüber sollte man mal diskutieren. Mit Thomas M. Stein vielleicht. Aber ohne mich bitte. Habe ich schon erwähnt, dass ich Thomas M. Stein mal live erlebt habe? Aber nicht bei der Echo Verlag oder so. Nein, sondern in der Bochumer Fußgängerzone. Er kam mir im Jogginganzug mit einem Dackel an der Leine entgegen. Und ich dachte noch, das kann doch unmöglich sein, dass Thomas M. Stein im Jogginganzug mit einem Dackel in der Bochumer Fußgängerzone herumläuft. Aber da sagten hinter mir zwei brave Arbeiterjugendliche, die gewiss auf dem Weg in das nächste Elektronikgeschäft waren. Und guck mal, Thomas M. Stein. Na gut, war ich jedenfalls nicht der Einzige, der sich verguckt hat. Und ich will auch nicht der Einzige sein, der sich von Erik Haut schlagen lässt, weil er nicht auf andere Blogger eingegangen ist. Deshalb soll hier zum Thema Octopus auch mal ein anderer zu Wort kommen. In Nukus Collage of Life Images, Impressions and Thoughts heißt es, schon um einiges lakonischer als in Octopus 1. Zitat, Nicht nur roh schmeckt Kollege Krake. Das heutige Mittagessen gebratener Reis mit Oktopus. Naki, Kheolpan, Bukiumbab. Zitat Ende. Kollege Krake, das ist stark. Sehr stark. Da spielt Octopus 1 schon mal ziemlich ab. Da müssen schwerere Geschütze aufgefahren werden. Da hilft alles nichts. Da ist es Zeit für, Zitat, Octopusgedicht 2. O Octopus, hab 8. Zitat Ende. Zur Strafe ohne Pixie-Buch ins Bett. Freitag, 23.09.2005 Popliteratur Noch 7 Tage, bis die Platte erscheint. Die Nerven werden dünn, die Tage kürzer und heute schicke die Universal 50 CDs. 50? In Worten? 50? Schäme mich wegen gestern an dem, was ich geschrieben habe. Tolle Plattenfirma. Leander rief an, muss heute Abend in die Riverboat-Talkshow wegen seinem neuen Film, NVA, der übrigens sehr, sehr gut ist und nächsten Donnerstag anläuft. Naja, jedenfalls geht er jetzt dafür in die Riverboat-Talkshow. Ich sollte auch mal in die Riverboat-Talkshow gehen. Dann war ich vorher noch schnell bei 3 nach 9 gewesen und danach haben die plötzlich abgesagt. Tja, rätselhaft. Die Gage gab's trotzdem. Viel Glück, Leander. Trink für mich einen mit. Ansonsten Bindeübungen auf der Trompete. Es gibt nichts Besseres, um den Ansatz zu stärken und seine Nachbarn zu quälen. Gott sei Dank war ich im Übungsraum. Da gibt es nur Musiker als Nachbarn. Die haben es ja nicht anders gewollt. Später neue Schuhe vom orthopädischen Schuster abgeholt. Haben jetzt feste Einlagen. Puh, das sind die Erlebnisse. Kann man eigentlich keinem erzählen. Aber was für Schuhe? Ich wünschte jetzt, ich könnte einen digitalen Fotoapparat zum Einsatz bringen und ein Bild dieser Schuhe irgendwie hier reinstellen. Wahnsinns Schuhe. Würde ich jetzt noch die Marke nennen, wäre das hier Popliteratur. Leider weiß ich sie nicht auswendig und ich mag sie nicht ausziehen, um ihnen nachzugucken. Sollen immer am Fuß bleiben. Geht sowieso kein Wasser an. Hauptsache keine nassen Füße, sag ich immer. Was ist schon zu bedeuten, wieso Schuhe aussehen? Das ist doch alles oberflächlicher Tant. Schuhe haben oben was und unten was und sind im Winter warm. Auto hat vier Räder und macht Rollroll, Form follows Function, Konsumgesellschaft schlimm. Schlimm aber auch, dass man überhaupt Einlagen braucht. Sprach neulich mit Thomas darüber, aber nicht mit Thomas M. Stein, sondern mit Thomas E., dem bekannten Maler. Thomas hatte angefangen. Thomas, weißt du, was neulich war? Sven, nein. Da ging ich so die Straße lang und auf einmal taten wir die Füße. da ging ich so die Straße lang. Was ist ein Hühner? Du bist so die Straße lang. Da ging es nicht so die Straße lang. Was ist ein Hühner? Wie ist das? Ich habe mich so die Straße lang. Vielen Dank.